Heute haben wir was zu Disney, zu den Runaways und mehr. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Suprema. Fangen wir mit Endgame an. Der nächste Produktionsschritt ist abgeschlossen. Via Twitter ließen uns die Russos wissen, dass das Team um Alan Silvestri die Arbeit namens Score zum Film fertiggestellt haben. Zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 gab's nach der Rückkehr von ganz scheinbar direkt Produktionsupdates. Production Weekly berichtete, dass der Film wieder den Arbeitstitel Hot Christmas bekommt und dass die Dreharbeiten im Februar 2021 beginnen sollen. Ist noch viel Zeit bis dahin, kann also noch einiges passieren. Trotzdem hilft es zu verstehen, wie sich Sachen im Hintergrund zeitlich verschoben haben, wenn der Film ursprünglich für das 2020er Line-Up gedacht war. Von Hulu gab es kurze coole Nachrichten. Die Geschichte der Runaways geht weiter. Season 3 wurde nun offiziell mit 10 Episoden bestätigt. Captain Marvel ist weiterhin auf direktem Wege zur Milliarde. Die 910 Millionen weltweit sind geknackt und das nach nur 17 Tagen. Damit hat Carol nun bereits einige andere große CBMs übertroffen, unter anderem Thor Ragnarok und Spider-Man Homecoming. Die Meldung der Woche war aber natürlich der Abschluss des Disney-Fox-Merchers. Die Foxmen sind zu Hause und so wie es scheint, freut sich beispielsweise Ryan Deadpool Reynolds schon extrem auf die neue Heimat. Am 19. März vermeldeten sowohl 21st Century Fox als auch die Walt Disney Company den Vollzug. Wir werden, sobald wir mal einen freien Sonntag haben, über die Details noch etwas genauer sprechen. Bob Iger äußerte sich in einem Statement. Dazu feierte er das Ganze als historischen Tag für das Unternehmen, sprach aber auch über die Schwierigkeiten der Umstellungen und die negativen Auswirkungen auf Arbeiter und Mitwirkende, die hier jetzt dann ihren Job verlieren werden. Dass Disney von Ehrgeiz beherrscht wird, ist bekannt. Iger will mit den neuen Elementen daran arbeiten, den absoluten Marktführer in Sachen globaler Unterhaltung zu erschaffen. Und das war es auch schon für heute. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out. Caps out. Caps out.